Hallo ihr Lieben! Ja, ich wollte heute mal einfach mal eine Doll-Review machen und zwar von der Victorious-Puppe Cat. Und ja, ich hoffe euch gefällt das Video und wir fangen direkt mal an. So, das ist die Cat-Puppe, also Cat Valentine aus Victorious, wer die Serie noch kennt. Und sie war halt in dieser Schachtel hier. Hier steht es nochmal, Victorious Nickelodeon. Durch diese Serie wurde Ariana Grande ja sehr berühmt. Und hier in der Box war sie drin. Diese Puppen wurden damals nur in Amerika verkauft und ich glaube auch in England, aber in Deutschland leider nicht. Was ich sehr schade finde, denn diese Puppe hier habe ich mir von Ebay gekauft. Das ist die Puppe, so sieht sie aus. Ich habe dazu auch noch ein Bild auf Instagram gepostet. Den Link habe ich unten in der Videobeschreibung. Und ja, hier sieht man schon das Kleid, was Ariana Grande anhat, hat die Puppe auch an. Die Haare sind bei der Puppe etwas länger, aber es ist ja immer so, dass bei Puppen die Haare immer etwas länger sind. Ich persönlich mag auch Puppen mit kurzen Haaren, aber naja. So, das sind die Schuhe. Das ist das Kleid. Sie hat auch richtig große braune Augen, so wie Ariana Grande. Und ich finde auch, die hat auch Ähnlichkeit mit Ariana Grande, also mit dem Bild, was dort auf der Box ist. So sieht sie von hinten aus. Ich kann ja nochmal kurz das Kleid von hinten zeigen. So sieht die von hinten aus. Und dann zeige ich euch nochmal den Vergleich von einer normalen Barbie zu ihr. So, ich habe hier jetzt nochmal so den Vergleich. Also sie ist fast so groß wie die normale Barbie. Allerdings ist sie ein bisschen kleiner. Und sie ist auch von der Statur ein bisschen breiter. Also die Schultern sind ein bisschen breiter als bei ihr. Und sie ist etwas größer als eine normale Monster High Puppe. Na gut, sie ist jetzt eine kleine Monster High Puppe. Ich würde sagen, ja, die ist ungefähr so groß wie eine normale Monster High Puppe. Das ist so der Vergleich. Zu der Serie gab es nur vier Puppen. Und zwar wurden nur von den Mädels Puppen gemacht, von den Jungs nicht. Und hier habe ich nochmal den Vergleich. Also es wurde nur von Tori, Jade, Cat und... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Jedenfalls Toris Schwester, Trina. Trina. Und nur von den vier wurden Puppen gemacht. Viele haben auch geschrieben, sie hätten sich noch die Jungs gewünscht. Aber es wurden leider nur die Mädels gemacht. Wer sich von euch auch so eine Puppe kaufen möchte, der wird sie nicht einfach so im Laden kriegen. Weil die wurden ja wie gesagt nicht in Deutschland verkauft. Nur in Amerika und England. Und wer jetzt zum Beispiel eine Cat-Puppe haben möchte oder eine Tori-Puppe, der muss es auf Ebay versuchen. Auf Amazon habe ich geguckt, da kostet diese Cat-Puppe über 1.100 Euro. Da habe ich gesagt, nee, das ist zu teuer. Und auf Ebay sind die auch recht teuer. Wie gesagt, weil die nicht mehr verkauft werden. Und weil das ja teilweise auch sehr berühmte Stars jetzt geworden sind. Also Ariana Grande zumindestens. Und deswegen sind die halt auch sehr teuer. Und ich habe diese Puppe für 400 Euro auf... Also 400 Dollar auf Ebay bekommen. Aber ich werde mir die anderen jetzt nicht holen. Also ich habe mir nur Cat geholt. Wegen Ariana Grande. Weil ich ein sehr großer Fan von ihr bin. Aber wer wirklich alle sammeln möchte, der muss wirklich auf Ebay es versuchen. Und es ist sehr, sehr teuer. Also normalerweise kostet so eine Puppe höchstens 30 Euro. Aber wie schon gesagt, weil das halt Stars sind und die nicht mehr verkauft werden, ist es sehr, sehr teuer. Ein sehr teurer Spaß. Ja, das war's. Leider auch schon wieder mit der Doll-Review. Falls ihr noch weitere Fragen zu der Puppe habt oder zu der Serie, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, das Foto von Instagram, wo wir beide uns ähnlich sehen, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!